Musik Ich bin ein Abenteurer. Ich mag die Unternehmungen, wo man nicht alles vorweg planen kann. Ich bin auf jeglichen Vulkan bis jetzt gescheitert, wo ich aufsteigen wollte. Da haben wir einen freistehenden Vulkan. Ein fernes Land, ein interessantes Land, wo jeder davon schon die Panik kriegt, wenn er den Namen hört. Und das sind eigentlich schon meine Beleggründe. Und zusätzlich halt mit einem Partner zu zweit das anzugehen. Der Vorteil ist, dass wir zwei Viecher sind, die ein Ziel, ein klares Ziel vor Augen haben, eben den Damawand. Aber ich denke mal, es sind drei wichtige Komponenten, die da mit hineinspielen. Das ist Mensch, Ausrüstung und das Material. Du bist ja sicher, dass das Hebt gibt? Ja. Das war's. Keiner glaubt, wir hätten so viel aufgeizt. Bis zum nächsten Mal.